Apple und Google haben auf ihren diesjährigen Keynotes bereits ihre Top-Modelle vorgestellt. Jetzt kontert Microsoft. Im Rahmen einer großen Pressekonferenz wurden heute neue Geräte wie die Lumia Smartphones und die Datenbrille HoloLens vorgestellt bzw. weiter präzisiert und vor allem die Preise dafür herausgegeben. Das neue Aushängeschild Microsofts, wenn es um Argumented oder Virtual Reality geht, ist die HoloLens. Diese wurde heute in einer Mixed Reality Gaming Präsentation vorgestellt und dabei stürmten wild gewordene virtuelle Aliens die Bühne. Ausgestattet ist die HoloLens mit einer speziellen Linse, Raumklang, jeder Menge Sensoren, eine CPU, Grafikeinheit und einem speziellen Holographic Prozessor. Dabei kommt die Brille ohne Kabel oder Verbindung zum Smartphone oder PC aus. Microsofts HoloLens wird in der Development Edition für Entwickler ab dem ersten Quartal 2016 für 3000 Dollar erhältlich sein. Microsoft hat außerdem auf seinem Hardware-Event erwartungsgemäß auch eine neue Version des Microsoft Bands vorgestellt. Neben einem angepassten Design soll die neue Microsoft tragbare Generation noch besser als Tracker in allen Lebenslagen seinen Dienst tun. Das neue Microsoft Band verfügt über ein deutlich gebogenes OLED-Display, das von Gorilla Glass 3 geschützt wird. Das wahrscheinlich wichtigste heute war das Microsoft Surface Pro der vierten Generation, Microsofts neues Tablet mit Notebook-Ambitionen. Im Vorfeld waren im Gegensatz zu den Lumia-Smartphones kaum Informationen durchgesickert. Die Rede war von einem hauchdünnen Displayrand, der das Tablet in Verbindung mit einem Tastatur-Dock zu einem 13-Zoll-Notebook machen sollte. Tatsächlich hat das Surface Pro 4 ein 12,3-Zoll-Display mit einer Pixeldichte von 267 ppi. Es soll 30% schneller sein als das Surface Pro 3 und rund 50% schneller als das MacBook Air. An Bord sind bis zu 1TB interner Speicher und bis zu 16GB Arbeitsspeicher. Am 26. Oktober kommt das Surface Pro 4 in den Handel für Preise ab 899 Dollar aufwärts. Außerdem bekommt das Gerät einen neuen Stift spendiert, bei dem nicht nur ein neues sechseckiges Design verwendet wird, sondern am hinteren Ende auch tatsächlich eine Art Radierer verbaut ist, wie auch bei dem Stift vom Surface 3 und 2. Der Stift hat 1024 Druckstufen und soll eine Laufzeit von bis zu einem Jahr erreichen. Außerdem wurde das ganz neue Surface Book vorgestellt. Es hat ein edles Gehäuse mit griffiger Magnesiumligierung. Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet und soll sich sehr leise und komfortabel bedienen lassen. Der Screen des Notebooks ist 13,5 Zoll groß, er bietet 6 Millionen Pixel. Die genaue Auflösung nennt Microsoft allerdings nicht. Im Inneren steckt eine Nvidia GPU, die für starke Gamingleistung sorgen soll. Stark und effizient dürfte auch der verwendete Intel Skylake Prozessor sein. Insgesamt vergleicht sich Microsoft mal wieder mit der Konkurrenz und sagt aus, dass das Surface Book insgesamt doppelt so stark wie ein MacBook Pro sein soll. Praktisch ist nach wie vor, dass die Tastatur an- und abgedockt werden kann. Das Surface Book lässt sich ab dem 7. Oktober vorbestellen. Der Preis liegt bei 1499 US-Dollar. Der Erscheinungstermin im Handel ist der 26. Oktober. Die Lumia Smartphone-Reihe ist auch nicht auf der Strecke geblieben. So stellte Microsoft das Lumia 950 und das 950 XL vor. Intern haben beide 32 GB Speicherplatz. Per MicroSD-Karte lässt sich dieser um bis zu 128 GB erweitern. Die Akkus haben Kapazitäten von 3000 und 3300 mAh und können drahtlos oder per Schnellladegerät aufgeladen werden. Beide haben einen USB Type-C Anschluss sowie eine 20 Megapixel Kamera mit dreifachem LED-Blitz für bessere Ausleuchtung bei Blitzaufnahmen. An Bord ist außerdem eine Gesichtserkennung für die sichere Anmeldung über Windows Hello, vorerst allerdings nur im Beta-Stadium. Als Prozessor kommt der 4-Kerner Snapdragon 210 mit 1 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. 8 GB interne Speicher stehen zur Verfügung. Die Kamera löst mit 5 Megapixeln und die Frontkamera mit 2 Megapixeln auf. Microsoft mischt damit aus meiner Sicht den Markt auf und hat zum Beispiel mit der HoloLens definitiv eine Neuheit auf dem Markt und auch mit dem Surface Pro 4 nach dem Erfolg der vorherigen Modelle gute Karten. Im Blogpost zu diesem Video findest du weitere Informationen und Videomaterial mehr in der Videobeschreibung. Mehr Nachrichten aus der Minecraft-Und-Technik-Welt bekommst du durch ein Abo im Tutorial Center. Vielen Dank fürs Zuschauen, Tschüss und bis dahin.